Never lucky. Tschö. Mit einer Kiste. Wie geil ist das? Das Pferd rammelt dich von hinten. Oh, ja, ja, geil. Endlich. Hab ich gerade den Fisch aus dem Auge verloren. Aus dem Auge. Und, ja, ist auch ein Barsch. Und eine Kiste. Mit fünf Kupfererz. Ich bin eine Legende. Du lachst wieder so rein. Ja, dann kann ich doch den einen Fisch abgeben, weil da überschneidet sich ja dann nix. Oh, das Haus sieht mittlerweile richtig schön aus. Vor allem heißt es Bündel Nachtfischen. Und wir fischen am Tag. Und? Ein kleiner Leuchtring. Aus dem Bündel Nachtfischen. Als ob. Echt jetzt. Mach zu gehen. Ach da. Verpiss dich von meinem Vibe. Oh, hier. Ich liebe so Zeugs. Du lach. Ja, wenn wir keine Trüffel verkaufen haben. Wenn wir keine Trüffel zu verkaufen haben, machen wir gar nicht mehr so viel Geld. Doch. Jetzt kauf. Okay, wo ist meine Frau? Klaus. Wo ist mein Kind? Das Kind ist hier. Alle tot. Habe sie umgebracht. Ripp. Rest in Pizza. Ripp, hol mir eine neue. Ah. Ich habe einen tollen Brief bekommen. Du bist so ein Lacker. Warum kriegst du wieder Briefe? Da stand drin, dass ich jedem Briefe geschickt habe mit irgendwelchen tollen Sachen drin. Das stimmt überhaupt nicht. Das stimmt überhaupt nicht. Ich bin einfach ein richtiger Gönner. Ja. Das stimmt überhaupt nicht. Du hast dich schon wieder verlesen. Ja, dann gehe ich jetzt angeln für die Tigerforelle. Ja, ja. Oh, ich habe einen Brief. Da steht bestimmt was Tolles drin. Ach, Klaus, in letzter Zeit spricht jeder in der Stadt über deine enorme Großzügigkeit. Ach so, anscheinend sind... Nein, die reden über mir nicht. Mann, das ist das Gemeinschaftszentrum. Und die Paketer haben alle dein... Ach so. Ja, dann hätte sich gar keine Sequenz... Wir haben jetzt bestimmt bei allen viele Herzen. Ja, guck mal. Haben wir? Ja. Wir haben jetzt bei allen Herzen dazu bekommen. Lol. Emil Kegel. Nachdem du die Dinger geholt hast, könntest du auch deine Nake abholen, oder? Ja, die kann ich abholen, ja. Will ich aber nicht. Will er nicht. Oh, der ist schwieriger. Ja, der ist schwierig. Sehr gut. Mach den. Mach ihm. Zeig es ihm. Mach ich. Fängt er nicht erst irgendwie ab 9 Uhr an? Was geht mit dem ab? Fängt der Fisch irgendwie nicht erst ab 9 Uhr ab? An? Nee, 6. Nachgeguckt. Okay. Und Tigerforelle. Jawohl. Das war echt... Nice. Wusste es. Ich geb's ab. Dann hätten wir gestern schon haben können. Ich renne schon hin mit dem Pferd. Nein, tu's nicht. Dann sehen die Leute nicht, wie die so aussieht. Ja, das will ich ja. Nein, das willst du nicht. Das willst du nicht. Dann kauf mal die... Ja, mach ich gleich. ...Samen. Oh ja. Ja. Dann treffen wir uns da. Das fällt sich dann wieder voll kaputt, was du gestern angelegt hast. Ich auch nicht. Wo treffen wir uns? Äh, beim Gemeinschaftszentrum, wenn du alle Sachen geholt hast. Können die mich mal in den Stall lassen, die Fickviecher? Du bist doch nicht mal da. Nein, ich muss doch in den Stall die Sachen rausholen. Dann kauf ich jetzt. Aber guck mal, ob es da auch noch Rüben gibt. Rüben. Rüben. Rüben, ja. Brauchen mindestens 20. Oh, du hast Eisen ange... Nice. Damit kann ich direkt zum Schmied. Und meine Spitzhacke weiter ausbauen. Nee. Gibt's nicht. Das kann aber... Warte, dann warte mal kurz. Rüben. Stadio. Ja. Okay, ich hab... Ja, dann... ...gib jetzt nicht mehr aus. 3000 Leute erreichen, falls du irgendwas holen willst. Rote Beete. Hä? Was ist das denn? Ah, da bist du ja. Ja, dann lass jetzt eben da oben. Na, warte. Lass mich kurz die Saat kaufen. Bevor es zu spät wird. Wir brauchen rote Beete, Saat. Nee. Doch, da steht er. Nee, ich mein, das gab's da nicht. Nee, gibt's ja nicht. Wo kriegen wir die denn her? Ja, egal. Gibt's jetzt gerade noch nicht. Komm erst mal hoch. Oase oder Reisewagen? Ah, okay, in die Oase. Let's go. Ich bin da. Boah, ich hab ihn gar nicht. LOL. Das ist der heilige Fisch. Das letzte Stück, Leute. Und auch noch ein Gold. Bist du ready, Manu? Ja. Bam. LOL. Bündel komplett. Und 30 Köder. Die sind für dich. Wow, das Aquarium ist fertig. Wuuu. Wir haben's geschafft. Das letzte Bündel. Lebe wohl, Klausine. Lol, sie sagen dir nicht tschüss. Doch, doch. Lebe wohl, Manuel. Ach so. Hallo? Jetzt hauen die ab. Schmarotzer, wir stehen ineinander. Geil. Oh. Oh. Bye. Auf weiter sein. Auf weiter sein. Nein. Nein. Die Unimus sind in die Geisterwelt zurückgekehrt. Wir haben sie getötet. Aber warte mal, kriegen die auch Belohnungen? Doppelt? Ja, Manu, ich hab dir Köder da hingeschmissen. Geil. Ja, Ripp. Endlich. Nein. Jetzt hab ich nicht genug Gold, um mein Schwert aus, meine Hacke auszubauen. Doch. Nein. Nicht? Die kostet 5k. Mit den Eisenbahren. Nein, kauf doch mehr. Ja, wir müssen morgen in die... Ich muss dann mal morgen in die Wüste fahren. Und dann? Rote Beete saat kaufen. Und dann? Was denn dann? Was denn dann? Ja. Was denn dann? Dann, dann. Wenn ich, Mann. Dann, dann, dann. Dann, 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 dann. Manu ist fetter, Mutti, wenn ich das schon wieder seh, ne? Ja, wenn die einfach fetter ist. Ja, jetzt brauch ich ja gar nicht mehr im Müll wühlen. Das lohnt sich ja gar nicht mehr. Da können halt so Fische drin sein, aber... Wenn wir die schon haben. Ach, deswegen hast du im Müll gewühlt. Ja. Schmarotzer. Meinst du, macht das auch Spaß? Ja? Oder weil ich ein Schokoriegel suche? Ey, wir haben so viel, ne? Ich weiß gar nicht, wohin damit. So viel wovon? Ja, ähm... Kürmessaat. Ja, sag doch, kauf nicht einfach dumm so viel. Aber es ist nicht schlimm, wenn... Alter, dumm. Junge, wir werden reich! Okay. Weißt du? Warum freust du mich jetzt an? Wenn ich noch nicht mal die... Die Sprinkler bauen wollte. Warum schreit er mich jetzt an? Ich kotze mich so an. Ich baue jetzt weiter Holz ab. Ich brauche Sammeln oben. Noch nicht hoch. Pff, leider. Auf acht. Acht in die Hälfte. Das motiviert mich nicht gerade. Besser als acht am Anfang, ne? Würde ich sagen. Ja, das ist wohl wahr. Äh, ich bräuchte gleich noch mal kurz eine Gießkanne für so fünf Felder. Weißt du was? Wer meine Gießkanne braucht, dem squirt ich gerne sein Feld voll. Och. Wie schnell du jetzt da warst. Hahaha. Okay, nur noch 40. Hier sieht man schön, wie das Feld kaputt. Du hast hier nicht alles besamt, ne? Du musst dich drauf rumhacken. Wo denn noch? Ich glaube, unten war noch eins, aber nicht ganz sicher. Ich bin nicht ganz sicher, ey. Okay. Hier ist eins. Offen. Hier, du hoch und sohn. Genau hier. Ey. Du hast den Mais ja noch nicht abgebaut. Genau das ist das, was ich meine. Das ist genau das, was ich meine. Hey, der Mais ist abge... Ist er nicht? Genau das, was ich meine. Ich hab doch am ersten Tag... Ja, aber die sind unregelmäßig angebaut, so wie die hier unregelmäßig sind. Ja, nicht meine Schuld. Dann bau doch mal ab. Nichts hält die, ähm, Pflanzendingen. Ich werde nochmal deine Hilfe brauchen. Also jetzt hab ich... Ey, du hast doch selber eine Gießkanne, du Ficklord. Ne, hab ich nicht. Weißt du, er fragt mich, ob seine Angel die Bambusrute ist, wenn er der Einzige ist, der Angeln auf 10 hat. Ist klar, er hat die legendären Fische mit einer Bambusrute gefangen. Ja. Gill. Ganz will ich doch. Crazy. Komm, mach's nass, Sam. Mach's nass. Mach's nass jetzt. Ich spritz das Fall. Schneller. Ey, ich würd's dir nicht geben. Ja, dann gib's mir auch nicht. Oh mein Gott. Ein Tier bei unseren Tieren. Ein Vieh, meine ich... Oh, ich hab... Werdst du damit gerechnet? Ich hab das Gras kaputtgeschlagen. Ich weiß nicht, dass das geht. Nochmal werde ich nicht das Gras an meinem Zaun zerstören. Äh, ich sterb vielleicht an dem Gegensatz. Der Gegner hier, ne? Holy moly, noch einen Schlag mehr und der Gegner hat mich getötet auf der eigenen Farm. Als ob. Ist Klaus etwa der größte Lauch aller Zeiten? Oder geht er jetzt schlafen? Gute Nacht. Nacht. Vor allem weißt du, was wir jetzt kriegen? Gar nichts, weil der tat nicht um. Er ist... Uuuuh. Abigail, du kriegst erstmal einen Kuss in den Hals. Äh. Hä? Äh. Was? Was ist das? Äh. Was hast du mit dir gemacht? Ich weiß nicht mal... Klick hin. Ich weiß nicht mal, wie er das Wort ausspricht. Klick hin. Stimmt, dass ich irgendwie Herz... Erreicht mit vier Personen jeweils eine Zuneigung von vier Herzen. Fünf. Hä? Warum kriegst du es denn jetzt bei ihr? Ja, wahrscheinlich, weil ich mit ihr geredet habe und dadurch das Event erst freigeschaltet wird. Achso. Also der Erfolg, weil normalerweise kriegst du es ja, wenn du den... Ja. Aber weil wir das über das Zeug bekommen haben... Krass. Es ist Abigail, Shane, mein Kind und der Zauberer. Ansonsten hätte ich das nicht. Ich nicht. Nope. Verpiss dich. Komm jetzt ins Bett. Alter, ich komme nicht in dein Bett. Jetzt lass mich alleine. Ich will dich auch nicht in dein Bett haben. Ich will dich in deinem Bett haben. Okay. Ich will Level 5 und die Sequenz, wie der Stein zerstört wird. Ja, da kannst du lange drauf warten. Ich freue mich so. Ich nicht. Oh! Eww, eww, sie sind wieder da. Wir haben sie wiederbelebt, Manu. Können wir mal weggehen? Eww, 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 scheiß Stein, scheiß Stein. Wir hassen Steine. Easy. Fischen Level 5. Kauf ein Schwein, Klaus. Kauf ein Schwein. Ich finde, nee, nee. Wir... Ich gehe jetzt in die Wüste und kaufe mir ein Dings. Wir könnten generell eigentlich überlegen, in die Wüste zu gehen. Ähm... Lol, hier sind auch voll viele Blaubeeren. Lol, XD. Hä, wo ist denn das Essen? Waren wir schon einmal mit dem Essen in der Mine? Ja. Was ich gemacht hatte? Ach so. Und einen Iridium-Sprinkler kann ich, wie gesagt, bei Krobus heute kaufen. Ah. Mein Kind ist... Bin ich blind? Ja. Miststück. Alter, ja. Ist ganz rechts in der Ecke. Fick dich. Nein. Wird das denn mal ein bisschen größer als diese Krabbelscheiße? Gar nicht. Ja, ich merke schon. Ich glaube auch. Oh nein, wir haben wieder kein Futter mehr für die Tiere. Ich glaube, wir sollten mal noch ein zweites Silo bauen, damit wir mehr Vorrat haben. Ja, mach eben. Okay, geh mal zu Raubing. Ich weiß, was man dafür braucht. Äh, wo haben wir denn 10 Lehm? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. 105 Kupfer, 10 Lehm und... Haben wir überhaupt genug Geld? Ja, ja. Äh, kostet 10 oder 100 G. Mega günstig. Ja. Okay. Wir haben kein Glück hier mit der Saat, ne? Bisher. Also ich meine, die Chance ist auch irgendwie nur so 0,5%. Oh, ich habe eine Sequenz wegen der Mine. Ach so, ja. Du kriegst jetzt das Item. Ohne zu spoilern. Mach ich auch gleich. Geil, oder? Mega nice. Oh, wir haben ein Endchain Seat. Wir haben ein Endchain Seat. Wir haben ein uralter Saat, Manu. Ab jetzt können wir die... Das Nächste ist so wertvoll wie die uralten Samen. Hä? Okay. Was kayst du? Ja, das alte, was ich bekommen habe. Ach so. Ja, damit... Irgendwie kann es so leuchten in Stellen von Wasser. Genau. Und dann... Und da sind Herze drin. Dann machst du das... Dann siebst du es. Genau. Ist anscheinend nicht so cool, wie sie es anderen. Hört sich überhaupt nicht cool an. Warum, wie spät man das bekommt? Äh, ich habe eine Sequenz. Ich habe eine Sequenz. Mit dem Zwerg und Grobus. Hä? Eine Person der Schatten an der Oberfläche? Das ist ungeheuerlich. Deine Leute sind schuld am Tod meiner ganzen Familie. Lügen. Wenn ihr Zwerge uns nicht aus der Heimat unserer anvertrieben hätte, wäre Gewalt nie wütlich nötig gewesen. Mir tut es leid, was mit deiner Familie passiert ist. Einen tut mir leid, reicht hier nicht. Oh, oh, die rennen aufeinander los. Und kloppen sich. Und ich komme langsam runter. Ziehe ich meine Hose aus. Und wir haben einen Dreier. Lol. Echt jetzt? Ne. Lass mich los. Er ist das Letzte. Versuch's doch, Winzling. Lol, der Zauberer kommt. Hingezaubert. Er ist wirklich ein Zauberer. What the fuck? Der zaubert wirklich? Er brennt. Ja. Das ist ein Zauberer. Ruhe, alle beide. Er sagt so sechsmal ist ein Zauberer. Als wäre das so ein Wunder. Ihr habt keinen Grund zu kämpfen. Ihr beiden müsst Frieden schließen, der Menschen, der Menschen zu nehmen. Sicherlich seht ihr das aus. Hä? WTF? Der kann ja auch nur Zauberer heißen und einfach nur so ein Sparksalber sein. Junge, der kann unser Geschlecht ändern. Nun gut, ich werde von jetzt an der Kanalisation fortbleiben. Und was unsere Vergangenheit betrifft, das tut mir wirklich leid. Das ist nichts Persönliches. Krass. Sick der Sequenz. Warum habe ich die jetzt gesehen? Sehr gut. Ich werde das, ich werde ein Siegel des Versprechens zaubern, um dieses Abkommen zu vollenden. Nice. Okay. Interessante Sequenz. Darauf werde ich mal einen Sprenkler kaufen. In der Kanalisation. Du solltest mal zum Gemeinschaftszentrum. Mach ich direkt. Warum? Achso. Sequenz. Was? Okay. Also müssen wir einige Sequenzen abfarmen gehen. Ich gehe aber erst hoch in die Minen. Erst die Sequenz. Oh, Sequenz! Hä? Hi, Klausine! Es ist merkwürdig, ich bin mir nicht sicher, was diesen Felsen zum Verschwinden gebracht hat. Mein riesiger Penis. Junge, die Felsöffnung sieht ein bisschen aus wie eine Vagina. Dieser Fluss kommt aus den Tiefen des Bergen. Oh! Was ein Zufall direkt unter ihm passiert ist. Hey, siehst du das glitzern im Wasser? Ne. Ja, das ist wirklich gutes Erz. Aber wenn ich Erzwäsche gehe, gehe ich in die Mine? Die Strömung muss aus dem Berg abgetragen haben. Das Wasser strömt aber nach oben in den Berg. Und nicht aus dem Berg. Du weißt, was das heißt, oder? Wir können mit Erzwäsche beginnen. Nice. Und als nächstes noch Geldwäsche. Hier habe noch eine Erzpfanne in meinem Rucksack. Nimm sie ruhig. Solltest du je Erz im Wasser glitzern sehen, kannst du diese Pfanne benutzen. Hoffentlich bla bla bla. Danke. Okay, jetzt verpiss dich. Du hältst Kupferpfanne. Ich will ne... Ich gehe die upgraden. Das geht? Nein, ich glaube nicht. Also ich weiß es nicht. Man könnte mal gucken gehen, aber ich vermute mal nicht. Ne. Denke auch nicht. Gemeinschaftszentrum. Ich habe keine Sequenz. Das wird lustiger sein. Ich habe keine Sequenz. Du hast keine? Nein. Was? Was war passiert? Alter. Hier, die sind alle ins Gemeinschaftszentrum gezogen, haben sich voll gefreut und der Joja-Markt-Typ kam vorbei und hat gesagt, Scheiße, mein Laden geht bei den Krott. Was mache ich jetzt? Und dann haben die sich geprügelt und den weggeschlagen. Ja. Ernsthaft? Ja. Oh, Mann. Das ist Anlaco. Anlaco Mio. Anlaco Mio Maximo. Oh, hier ist ein Brief. Hier ist wieder Mais fertig, du Lügner. Hallo, Klausine. Ein Lachsmahlzeit von meinen guten Freunden. Danke. Und noch ein Brief. Gebraten Al von George. Lol, das ist doch... War das nicht der, den ich haben wollte? Ne. Und noch ein Rezept. Fisch-Taco von Linus. Und noch ein Rezept. Bohnen-Eintopf von Clint. Ey, warum bekommst du das? Ich hab keine Ahnung, weil ich eine Frau bin und anscheinend für das Kochen zuständig bin. Oh, Mann. Hab zwei Äpfel, wir haben jetzt drei. Ja, ich hab schon die drei abgegeben. Naja, hast du nicht. Okay. Und ich hab auch was bekommen, ne, im Gemeinschaftszentrum. Lol, was denn? Ja, das packe ich einfach mal... Da ist noch ein Trüffel übrigens. Ne, mein Haus. Sieht man jetzt, wenn du rauskommst. Okay. Ja, ich guck direkt. Ich muss noch grad die Tiere, das Futter hinlegen. Ich weiß nicht, ob, wenn ich das direkt ins Silo tue. So, was hat der liebe Manuel denn... Lol. Sieht voll cool aus. Ich will auch ein Pokal. Ne, ich hab die alle gerettet. Du hast recht. Das war's nur du. Bin im Bett. Ja, ich mach noch ein paar Blaubeeren, vielleicht gehen wir noch so eine Enchantie draus. Noch eine. Noch einen uralten Samen. Gute Nacht. Gute Nacht. Ich mach noch ein. Ja.